Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auch vom Kanal mit eurem Brocke, meine lieben Freunde. Heute ist es endlich soweit, der Windläufer-Mönch-Guide zu Patch 9.0.5 erscheint hier endlich. Ja, viele haben sich das gewünscht und nun ist es endlich soweit. Ja, was wird euch in diesem Guide erwarten? Als allererstes werden wir uns einmal die Skillung angucken. Welche Skillung brauchen wir denn nun, um den maximalsten Damage zu machen? Wir werden dann weitergehen und uns einmal den Pakt angucken. Welchen Pakt sollten wir wählen? Wie sollten wir den Pakt skillen? Und welche Cornuit sollten wir reinmachen? Wir machen dann einen Schwenker zu den Werten, werfen dort einen Blick drauf. Wie sollten im Groben ungefähr die Werteverteilung auf jeden Fall sein, um dort das Maximum an Schaden zu machen? Dann gucken wir einmal da drauf, welches Legendary ist es denn nun, was uns hier für unseren Damage-Push auf jeden Fall am besten vorantreibt. Und zu guter Letzt gehen wir noch einmal auf die Spielweise drauf ein, gucken uns an, worauf sollten wir bei der Spielweise drauf achten, um dort natürlich auch das Maximum an Schaden auf alle Fälle rauszuholen. Wer nun sagt, ich brauche nicht den ganzen Guide, ich brauche nur einen bestimmten Absatz, kann dieses unten in der Videobeschreibung gerne tun. Die Timeline dafür ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nun fangen wir direkt hier auch einmal gleich einmal mit der Skillung bei unserem Monk an. Im 15er Talent ist theoretisch gesehen eigentlich der beste Skill immer der Skistoß. Die Fähigkeit hat 40 Meter Reichweite, eine Abklingzeit von 30 Sekunden, schleudert ein Schwall Ski-Energie bis zu 40 Meter vorwärts, wobei er allen Gegnern in seinem Weg 696 Naturschaden zufügt und den Mönch sowie allen Verbündeten im Effektbereich um 1380 Gesundheit heilt. Skistoß erzeugt ein Schieb pro Gegner, im Schaden zugefügt wird bis zu einem Maximum von 2. Das heißt, im Normalfall hauen wir das dann immer entweder auf den Boss oder natürlich auch bei Trashpacks mit rein. So erzeugen wir immer nochmal zwei Schiebpunkte, die wir dann wieder in Fähigkeiten investieren können. Ist der beste Punkt. Ich persönlich einfach komme mit dem Auge des Tigers relativ gut klar. Diese Fähigkeit ist passiv Tigerklau, belegt das Ziel mit einem Effekt Auge des Tigers, der ihm im Verlauf von 8 Sekunden 520 Naturschaden zufügt und dem Mönch währenddessen um 446 Gesundheit heilt maximal ein Ziel. Wenn ihr das Maximum, wie gesagt, rausholen wollt, dann solltet ihr Skistoß hier auf jeden Fall mitnehmen. Im 25er Talent spiele ich hier einfach mit Tigerrausch. Die Fähigkeit hat 30 Sekunden Abklingzeit, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit eines verbündeten Ziels 6 Sekunden lang um 70% und hebt sämtliche bewegungseingeschränkten Effekte sowie Bewegungsunfähigkeitseffekte auf. Ist einfach mega nice. Ihr rennt einfach mega schnell los wie so ein kleiner wild gewordener Fuchs in dem Fall bei mir. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwo mal eingefangen seid, eingefrostet seid, könnt ihr die Fähigkeit einfach zünden und könnt direkt hier wieder losrennen. In dem 30er Talent spiele ich mit Aszidenz. Dieses Talent ist passiv, erhöht eure maximale Ski um 1, eure maximale Energie um 20 und eure Energieregeneration um 10%. Ist meiner Meinung nach eins der besten Talente. Alternativ hat man hier aber Faust des Weißen Tigers. Kann man auch noch spielen. So kann man mehr Schiebpunkte sozusagen schneller erzeugen. Die Fähigkeit hat 30 Sekunden Abklingzeit, wird sofort eingesetzt. Schlagt mit der Technik des Weißen Tigers zu und schleudert 1866 körperlichen Schaden dem Gegner zu. Und bekommt dadurch drei Schiebpunkte, die ihr dann auch in Fähigkeiten investieren könnt. Da könnt ihr euch einfach aussuchen. Ihr könnt alternativ auch das Alexier hier wählen. Müsst ihr aber nicht so. Die meisten wählen entweder Faust des Weißen Tigers oder die Aszidenz. Da müsst ihr so ein bisschen nach Belieben einfach gucken. Ich habe Faust des Weißen Tigers gespielt. Kommt aber einfach mit Aszidenz persönlich gesehen besser klar. Nun, im 35er Talent kann man auch wieder zwei Sachen wählen. Als allererstes kann man hier einfach die Fähigkeit Gutes Karma wählen. Dieses Talent ist passiv. 100% des durch Karma Berührung umgeleiteten Schadens heilen euch nochmal zusätzlich. Ist ganz nice. Das große Allround Talent ist hier aber einfach der Ring des Friedens. Mit einer Abklingzeit von 45 Sekunden bildet am Zielpunkt einen Ring des Friedens, der 5 Sekunden lang anhält. Gegner, die ihn betreten, werden aus dem Ring gestoßen. Das ist gerade für viele Mythisch Plus Instanzen immer sehr, sehr nice. Wenn es darum geht, zum Beispiel ihr habt nekrotisch Wochen, dann könnt ihr damit zum Beispiel die Ads von dem Tank wegschießen. Ja, blutig Wochen. Dann könnt ihr damit die Ads aus dem Blut wieder rausschießen. Euer Tank muss zum Beispiel gerade sehr, sehr viel kiten, weil er gerade viel Schaden bekommt. Dann könnt ihr den Ring einfach stellen. Die Ads werden weggekickt. Der Tank kann kurz weglaufen. Und so kann der Highlight ihn wieder hochheilen, ohne dass der Tank großen Schaden reinbekommt. Das ist natürlich einfach sehr, sehr praktisch. Daher sollten wir in den meisten Situationen auf jeden Fall den Ring des Friedens immer einpacken. Wenn wir uns hier im Mythisch Plus Bereich befinden, wenn wir in den Raid Content gehen, dann können wir hier natürlich auch gutes Karma auf jeden Fall mit reinnehmen. Denn da wird der Ring des Friedens am wenigsten gebraucht. Und Raid Content für den Mythisch Plus Content ist ja hier einfach das allergrößte Allround Talent, was der Monk uns einfach bietet. Ja, in dem 40er Talent, da können wir zwei Sachen wählen. Da können wir einfach Magiediffusion wählen. Er hat 90 Sekunden Abklingzeit, verringert den von euch erlittenen magischen Schaden 6 Sekunden lang um 60% und transferiert aller derzeit auf euch wirkenden schädlichen magischen Effekten auf den Urheber zurück, wenn möglich. Heißt, wenn ihr das anmacht und es gibt magischen Schaden, dann bekommt er den magischen Schaden zurück. Ist natürlich auf alle Fälle ein Damage Push. Daher kann man das hier wählen. Ich habe mich jetzt erstmal für Schadendämpfen entschieden. Hat zwei Minuten Abklingzeit, verringert den erlittenen Schaden. Zehn Sekunden lang um 20 bis 50% stärkere Angriffe werden stärker verringert. Ich sage mal so, der Komplettschaden, gerade am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich, ich war ja relativ vom GS sehr low, als ich dann höhere Keys gelaufen bin, ist Schadendämpfen für mich noch etwas angenehmer. Ich reduziere allgemein sämtlichen Schaden erstmal, sodass es für den Heiler angenehmer ist. Wenn man denn das passende Gear für die passenden Keys hat, dann ist Magie Diffusion hier schon auf jeden Fall die bessere Alternative. A, um den magischen Schaden einfach abzufangen. Aber B, ist es sowas wie beim Krieger, so eine Art Spell Reflection. Man kann das dann einfach nutzen, um nochmal zusätzlich auch seinen Schaden auf jeden Fall zu steigern. Dann gehen wir weiter hier in dem 45er Talent, da wählen wir Skisistanz. Ja, das Talent ist passiv. Wenn ihr Ski verbraucht, besteht eine Chance, dass euer nächster Einsatz von Wirbelnack-Kranichtritt kostenlos wird und zusätzlich 200% Schaden verursacht. Einfach mega nice. So können wir gerade in der AOE-Situation, wenn dann Schießistanz nochmal progt, enorm viel Damage im AOE rausholen. Aber wir können dann auch so mit der Kombination, auch im Single-Target auf jeden Fall, mit dem Kranich-Kick einen soliden Damage-Wert auf jeden Fall erzielen. Dann gehen wir weiter hier in dem 50er Talent und das letzte Talent, da wählen wir Wirbelner Drachenschlag aus. Das Talent hat 23 Sekunden Abklingzeit, ist aber an ein paar Bedingungen geknüpft. Entfesselt einen vernichtenden Wirbelnen Aufwärtsschlag, der allen Gegnern in der Nähe 3766 Schaden zufügt. Kann nur eingesetzt werden, während sich sowohl Vorrohrfäuste als auch Tritt der aufgehenden Sonne in Abklingzeit befinden. Und daher werden wir dann auch gleich auf die Spielweise nochmal eingehen. Und deswegen der Wirbelner Drachenschlag ist für Single-Target wie für AOE einfach enorm wichtig und enorm stark vor allem. Dann lasse ich euch nochmal ganz kurz den kleinen Blick, dass ihr nochmal drauf gucken könnt, wie die Talente aktuell denn nun aussehen. Ja, das war es dann auch schon mal mit den Talenten. Gehen wir nun weiter. Wir wählen den Pakt der Kyrianer aus, denn dieser sorgt einfach für einen enormen Damage-Boost bei unserem geliebten Monk. Dort nehmen wir Pelagos und das Ganze sieht dann hier oben wie folgt aus. Wir fangen ganz normal hier oben an. Kampfmeditation. Wenn ihr Waffen der Ordnung aktiviert, wird eure Meisterschaft 20 Sekunden lang um 350 erhöht. Ihr stoßt gelegentlich kummervolle Erinnerungen aus. Wenn ihr durch kummervolle Erinnerungen lauft, wird dieser Effekt um 6 Sekunden verlängert. Man kann hier glaube ich, ich habe teilweise bis zu 4 Kugeln schon gesehen. Das heißt, ihr habt ja nochmal eine Zeit, dass ihr sozusagen nochmal 24 Sekunden den Effekt verlängern könnt. Was denn schon mal ordentlich ist. Denn durch Meisterschaft erhöhen wir unseren Schaden hier einfach enorm. Danach gehen wir hier links runter neben den ersten Potenzslot mit. Dort spielen wir koordinierte Offensive in den ersten Potenzslot rein. Nachdem euer Geister von Sturm, Erde und Feuer sich auf dasselbe Ziel fixiert haben, verursachen sie 12,3% mehr Schaden. Diese aktivieren wir einfach sehr sehr häufig und das sorgt einfach nochmal dafür, dass unsere Geister mehr Schaden machen. Was dann wiederum natürlich im Umkehrschluss für uns positiv ist. Unser Schaden erhöht sich natürlich auch dementsprechend. Dann gehen wir direkt hier runter wie ein fokussiertes Mantra aus. Das Besiegen eines Gegners verringert die Abklingzeit. Euer Fiole des Gleichmuts um eine Sekunde. Ist nicht mega krass. Nehmen wir hier aber einfach mit. Dann gehen wir hier weiter in den defensiven Slot rein. Dort spielen wir Schadensabwendung. Was soll ich dazu sagen? Erhöht die Heilung von Schadensumleitung um 25%. Die Fähigkeiten nutzen wir einfach immer wieder auf CD, um einfach unsere Schiebpunkte zu generieren. Und wir heilen uns damit auch noch automatisch einfach sehr sehr nice. Dann gehen wir hier rechts einfach runter. Geläuterte Gewänder. Es besteht eine Chance, dass ihr geläuterten Stoff und Verzauberungsmaterial erhaltet, wenn ihr einen Gegner tötet, der Erfahrung oder Ehre gewährt. Kann man hier einfach mitnehmen. Muss man nicht unbedingt mitnehmen. Man kann hier theoretisch gesehen auch rüber gehen. Ich gehe einfach hier immer rüber. Da bekommt man dann ab und an nochmal so einen kleinen Beutel, den man dann einfach aufmachen kann. Danach gehen wir hier runter. Dann nehmen wir das nächste Potenzmedium mit und dort kommt rein kalkulierte Schläge. Der Bonus für wirbelnahe Kranichtritt, wenn ihr unterschiedliche Ziele mit Tigerklaue, Blackout tritt oder Tritt der aufgehenden Sonne. Treff wird um zusätzlich 14% erhöht. Das heißt ja einfach nochmal, wir steigern dort auch nochmal enorm unseren Damage. Einfach hier alleine schon um 14%. Nachdem wir nun das Potenzmedium dann gefüllt haben, gehen wir hier links runter und wählen dort ein Widerstandsmedium aus. Und dort spielen wir stärkende Zutaten. Stärkendes Gebräu gewährt euch für 15 Sekunden lang ein Schild in Höhe von 15,6% eurer maximalen Gesundheit. Mega nice, einfach nochmal, wenn wir unseren größten Def-CD einfach zünden, haben wir hier zusätzlich nochmal ein Schild zu der Schadensreduzierung. Was einfach dafür sorgt, dass wir so gut wie gar keinen Schaden mehr bekommen, wenn wir stärkendes Gebräu dann aktivieren. Danach gehen wir hier runter und spielen die Vergangenheit loslassen. Wenn ihr einen Zauber oder eine Fähigkeit einsetzt, reduziert das euren erlittenen magischen Schaden für 6 Sekunden lang um 1%. Der Einsatz eines weiteren Zaubers oder einer weiteren Fähigkeit, die keine Wiederholung der vorherigen Zaubers beispielsweise der vorherigen Fähigkeiten ist, erhöht diesen Wert um 1% bis zu 3 mal stapelbar. Wenn wir das nun alles erreicht haben, sind wir eigentlich auch schon hier mit unserem Pakt komplett fertig. Nun gehen wir einmal weiter und werfen einen Blick mal auf unsere Werteverteilung drauf. Wie sollten wir denn aktuell ungefähr grob, am besten natürlich solltet ihr immer eure Simulation anwerfen, also mit SimCraft und Rateboards simulieren, um dort natürlich das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Bei den Werten sieht das Ganze nun wie folgt aus. Einer unserer wichtigsten Werte ist hier die kritische Trefferschanze. Die sollten wir so Richtung 30% bewegen. Danach geht das Ganze weiter. Vielseitigkeit ist unser zweitwichtigster Wert. Auch dieser sollte sich in dem Bereich Richtung 30% anbufft bewegen. Danach gehen wir weiter bei Meisterschaft. Da sollten wir uns so um den Wert von 20% bewegen. Und Tempo ist unser unwichtigster Wert. Den brauchen wir hier theoretisch gesehen gar nicht. Ihr seht, ich habe 2%. Ihr könnt ja auch 1% haben. Ihr könnt ja auch 0% haben. Tempo braucht ihr einfach. Gar nicht ist der schlechteste Wert, mit dem der Monk umzugehen weiß. Gehen wir nun einmal weiter. Das Legendary, welches wir hier brauchen. Freude des Beschwörers anlegen. Nachdem ihr euren Erhabenen beschworen habt, erhaltet ihr für 20 Sekunden 33% Tempo. Das heißt, wenn ihr euren weißen Tiger hier gerufen habt, bekommt ihr einfach 33% Tempo. Noch einmal dazu. Mega, mega nice einfach. Um dort einfach dann den Tempo, also das Tempo, was wir nicht haben, dann wieder auszugleichen. Gut, gehen wir noch einmal weiter ganz kurz hier bei den Waffen. Am besten 2 Einhandwaffen tragen. Auf die Mainhand, also auf die linke, werdet ihr bei der Einhand sündhafte Offenbarung machen. Einfach um euren Schaden auf Einzelziele zu erhöhen. Auf die zweite Waffe, wenn ihr die dann habt, macht ihr himmlische Führung drauf, dass einfach euer Primärwert, in dem Fall Beweglichkeit, sich noch einmal, wenn das dann progt, um 5% erhöht. Was denn dort natürlich auch am Schadensboost in dem Fall einfach bedeutet. Ansonsten, ganz normal, 30 Primärwerte auf die Brust drauf, 20 Ausdauer und 30 Vermeidung machen wir hier auf unseren lieben Rücken drauf. In dem Fall, weil mir Vielseitigkeit fehlt, gehen wir hier natürlich auf Vielseitigkeit bei den Ring. Auf die Schuhe packen wir uns dann nochmal zusätzlich 15 Beweglichkeit drauf und dann sieht das Ganze eigentlich auch schon relativ gut aus. Na, dann haben wir auch relativ gute Werte. Ja, da sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen und zwar bei der Rotation. Wie sollten wir denn nun unseren geliebten Monk spielen? Als allererstes das Allerwichtigste bei dem Monk, was ich hier vorab sagen möchte. Wir haben hier alle Fähigkeiten einmal in der Leiste drin. Wir haben einen Meisterschaftswert. Der Meisterschaftswert sorgt dafür, dass unsere Fähigkeiten basierend auf der Meisterschaft mehr Schaden machen, wenn wir keine Fähigkeit wiederholen. Das ist sehr, sehr wichtig beim Monk. Das heißt, wenn ich jetzt mit Tigerklaue anfange, sollte ich nicht gleich nochmal Tigerklaue spammen oder wenn ich unseren wirbelnden Kranichtritt mache, den nicht gleich wiederholen. Denn dann macht er einfach nur konstant weniger Schaden. Wir wollen immer dafür sorgen, dass unsere Fähigkeiten zusätzlich basierend auf unserer Meisterschaft mehr Schaden machen. Das heißt also, eine Fähigkeit einmal drücken, dann wieder eine andere Fähigkeit spielen, um dort immer basierend auf der Meisterschaft das Maximum an Damage rauszuholen. Das ist hier einfach ganz wichtig. Ansonsten hat der Monk keine Rotation in der Hinsicht, dass man sagen kann, die Fähigkeit müsst ihr zuerst drücken. Er hat einfach eine Prio-Liste, die wir hier abarbeiten sollten. Wir fangen jetzt direkt hier einmal an. Ich drücke die Tigerklaue. Damit baue ich sozusagen mein Ski auf. Nachdem ich den aufgebaut habe, mache ich hier als allererstes meine Furohrfäuste und Hämmer hier direkt mit rein. Jetzt mache ich hier unten meine Schadensumleitung mit rein. Mache direkt meinen Tritt der aufgehenden Sonne mit rein, sodass ich hier meinen wirbelnden Drachenschlag nutzen kann. Den ballere ich direkt raus. Jetzt haben wir den Proc von wirbelnden Kranichtritt. Dann haue ich den natürlich direkt raus. Ansonsten spiele ich einfach ganz normal. Ich zeige euch das jetzt hier einfach mal, dass ihr die Fähigkeiten seht. Tigerklaue. Jetzt kommen die Furohrfäuste. Meine Furohrfäuste direkt rein. Schadensumleitung direkt an. Tritt der aufgehenden Sonne. Dann direkt meinen Kranichtritt auf Proc. Dann wieder Tigerklaue. Dann kann ich hier ruhig mein Dings machen. Jetzt hier wieder meinen Drachentritt sozusagen machen. Und ansonsten einfach ganz normal hier Tigerklaue. Jetzt baue ich ruhig nochmal ein zweites Mal Tigerklaue. Jetzt hier Blackouttritt mit rein. Tritt der aufgehenden Sonne. Schadensumleitung. Tigerklaue. Und wieder meine Furohrfäuste. Bam, 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 bam. Jetzt wieder den Tritt. Mein Kranichtritt reinmachen. Wieder hier auf Tigerklaue. Den Tritt der aufgehenden Sonne. Ruhig wieder meinen Kranichtritt kurz reinmachen. Den Drachenschlag wieder mit reinmachen. Schadensumleitung wieder rein. Tigerklaue. Blackouttritt. Kranichtritt, weil er gerade geprockt ist, rein. Tritt der aufgehenden Sonne. Tigerklaue wieder rein. Blackouttritt. Tigerklaue. So, und wieder Furohrfäuste. So sieht das Ganze aus. Schadensumleitung wieder rein. Tigerklaue rein. Tritt der aufgehenden Sonne. Blackouttritt. Den Drachenschlag. Tigerklaue. Wirbelner Kranichtritt. Tigerklaue. Jetzt wieder Wirbelner Kranichtritt. Tritt der aufgehenden Sonne. Tigerklaue. Wieder Schadensumleitung. Blackouttritt. Tigerklaue. Furohrfäuste. So sieht das Ganze in der Spielweise halt einfach aus. Dass ihr keine Fähigkeit doppelt drückt. Nun habt ihr aber auch einen enormen Burst, den ihr dann einfach nutzen könnt. Dann habt ihr hier Sturm, Erde und Feuer. Das solltet ihr ruhig bei AOE auf jeden Fall mitnutzen. Am Anfang. Dann haben wir hier natürlich unsere Fähigkeit, die unsere Meisterschaft einfach erhöht. Von den Kyrianern nochmal um 350. Was einfach nochmal dafür sorgt, dass wir auch noch mehr Meisterschaft haben. Wodurch unsere Fähigkeiten, wenn wir sie, wie gesagt, nicht wiederholen, wiederum mehr Schaden machen. Und dann haben wir noch hier unseren weißen Tiger. Das können wir alles direkt am Anfang einfach reinballern, um einfach unseren maximalsten Damage-Output zu holen. Auch hier wird natürlich, wie gesagt, wichtig, keine Fähigkeit wiederholen. Also ich mache das dann zum Beispiel so. Ich gehe dann hin, zünde hier direkt meine Waffen der Ordnung, mache direkt Sturmfeuer an, zünde meinen Zulan, meinen Tiger in dem Fall. Gehe dann direkt rein. Schadensumleitung an, Tigerklaue an, Furorfäuste rein, bam, 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 Tigerklaue an, Tigerklaue an. Nochmal doppelt ruhig hier den Kranich tritt rein, Tigerklaue an, tritt der aufgehenden Sonne. Hier mein Drachenschlag rein, mein Wirbel wieder rein, Tigerklaue rein, Wirbel wieder rein, Schadensumleitung wieder an, Tigerklaue, Wirbel. Dann wieder meine Geister nochmal rufen, tritt der aufgehenden Sonne, Tigerklaue. Und hier direkt wieder meine Furorfäuste rein im Aue, Wirbelwind kann ich dann auch gleich wieder rein machen, zack, 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 wieder meine Tigerklaue, Tritt der aufgehenden Sonne, Wirbelwind, Drachenschlag, Schadensumleitung aktivieren, Tigerklaue und ruhig einfach meinen Wirbelwind-Spam, Blackout tritt, Tigerklaue, Tritt der aufgehenden Sonne, Tigerklaue, mein Wirbelwind rein, Tigerklaue und mal wieder meine Furorfäuste. Mehr ist das Ganze hier wirklich gar nicht, das ist kein Hexenwerk. Dann habt ihr hier unten noch Berührung des Todes, nutze ich einfach immer, wenn es einfach ready ist, einfach reinballern, gibt euch nochmal einen enormen Damage-Boost. Ihr könnt das Ganze natürlich auch immer bei Bossen aufheben, ist natürlich am sinnvollsten, denn im Single-Target ist der Monk ein kleines bisschen schwächer als manch andere Klassen, aber gerade dadurch, wenn ihr dann natürlich euren ganzen Burst einfach ready habt, in dem Fall eure Waffen der Offenbarung, euer Sturm, Erde und Feuer ready habt, hier euren weißen Tiger ready habt, dann ballert ihr enorm Damage in der Burstphase raus und dann könnt ihr am Ende nochmal mit Berührung des Todes nochmal einen richtigen Hit reindrücken, dann seid ihr eigentlich relativ gut gewappnet. Mehr ist es nicht, wie gesagt, im AOE immer auch den Kranichtritt mit einbinden im Single-Target, am besten, wenn möglich, den wirbelnden Kranichtritt nur dann einbinden, wenn er geprockt ist. Wenn ihr aber merkt, okay, ich habe jetzt gerade nichts ready, dann haut ihn raus, bevor ihr eine Fähigkeit doppelt drückt, damit ihr einfach von eurer Meisterschaft profitiert. Ja, danach haben wir hier unter anderem noch Paralyse, damit kann man die Ads in so kleine Nadeln, sage ich, jetzt einfach mal reinpacken, gerade im Nebel ist das ganz cool am Anfang, da könnt ihr die dann einfach in diese Paralyse packen, den Ring des Friedens hinmachen, dann kickt ihr das eine Ad weg, dann könnt ihr einfach an den vorbeigehen. Dann habt ihr hier Karma-Berührung, wie gesagt, absorbiert 10 Sekunden lang sämtlichen erlittenen Schaden, bis zu 50% eurer maximalen Gesundheit, 70% der absorbierten Schadensmenge, werden im Verlauf von 6 Sekunden als Naturschaden auf das gegnerische Ziel umgeleitet. Das solltet ihr, wenn ihr ein bisschen Schaden bekommt, einfach zünden, hat ihr einfach nur 90 Sekunden Cooldown und katapultiert den Schaden dann auch wieder auf das gegnerische Ziel zurück. Solltet ihr mehr Schaden bekommen, dann stärken es Gebräu zünden. Diese Fähigkeit hat dann übrigens natürlich einen Cooldown hier von 3 Minuten. Lässt eure Haut zu Stein werden, was eure aktuelle sowie maximale Gesundheit um 15% erhöht und euren erlittenen Schaden um 15% verringert. Hält 15 Sekunden lang an. Plus dadurch, wie gesagt, dass wir das ja in den Konjuid noch reinmachen, ist dann einfach unser defensiver Cooldown hier unten, wenn wir dann stärkende Zutaten nochmal reinmachen, bekommen wir, wie gesagt, nochmal ein Schild in 15,6% der Höhe unserer maximalen Gesundheit. Wenn das Konjuid bei euch natürlich höher ist, dann dementsprechend natürlich ist das Schild auch um ein paar Prozente dann höher. Das war es eigentlich so schon von meiner Seite aus, was nun den Wirbelwindmong zu Patch in 9.0.5 angeht. Wenn ihr noch Fragen habt, irgendwas ist euch unklar, ihr möchtet irgendwas wissen, seien es vielleicht keine Ahnung, weiß ich, irgendwelche Sachen, keine Ahnung, wie gesagt, kann ja sein, dass irgendeine Frage noch unklar ist, ihr sagt, irgendwas hast du vielleicht vergessen oder irgendwas möchte ich gerne noch wissen, schreibt es unten in die Kommentare rein, dann werde ich natürlich so schnell wie möglich versuchen, eure Frage dementsprechend natürlich noch zu beantworten, dass ihr dort nicht im Unklaren seid. Wenn das Video euch zu den Wirbelwindmong gefallen hat und ihr sagt, nice, nun weiß ich auch endlich, wie ich den Wirbelwindmong spielen muss, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat, denn ihr wisst ja, meine Freunde, Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen. Wenn ihr ansonsten noch irgendwas wissen möchtet, wie gesagt, nutzt gerne dazu auf jeden Fall die Kommentarbox. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.